Lord Vader! Wie schlägt? Oh, absolut! Das ist, wenn ihr die ganze Zeit rumschreit wegen Los. Darum bekommt ihr's nicht. Immer noch Freipartner. Und dann noch mal? Welche ist da noch frei? Von den Roten? Die letzte? Reaktor-Kontrolle, oder? Ach so. Ich glaub, der wird die ganze Zeit nur ausgebiebt. Oh, schon wieder! Ey, das ist eigentlich mal die erste Folge, Robben! Das waren, glaube ich, schon drei Pieps. Das sind schon vier, drei von ihm und einer von dir. Meine Güte! Wir brauchen fürs nächste Mal solche Namensschilder. Ja, das glaube ich auch. Obi-Wan hinterlässt dir 2000 Credits. Ich mag Obi-Wan Kenobi. Ja. Der war aber ziemlich arm, ne? 2000 Credits sind 2000 Credits. Man kriegt's ja nicht mal da unten in der Straße, oder? Da kann er aber hier dafür fünfmal Miete zahlen. Warte mal, da kann man viermal Miete bei sich gerade. Da kann ich mehr als fünfmal Miete zahlen, zum fünften 2000 Credits. Ja. Das ist jetzt neunmal. Mein Glück kommt so hin, ey! Zu langsam. Langsam. Schild! Die ist noch frei. Die ist noch frei. Die ist noch frei, ja. Die ist noch frei, ja. Ich überlege gerade, ob ich es hergeben will. Ich muss es hergeben. Hat das nicht vorhin schon mal einer gekauft? Nein, ich habe den Schildgenerator gekauft. Ah, okay. Wenigstens das stimmt hier nachher noch. Das muss hier nachher wirklich gehandelt werden. Weil ich hier noch drauf stehe, gehört das dann mir? Nein! Das werde ich gleich wieder da bin. Du dachtest, du willst immer so zwei, drei Runden warten, dass... Das ist auch gut. Vier! War das deiner jetzt? Nein, den gibt es doch nicht. Den gibt es doch nicht. 4.800. Ich hätte gern 200 zurück. Oh, ich weiß nicht, ob ich so... Dankeschön! Liquide bin. Der letzte Schick ist weg. Ich benutze Liquid. Das ist ein Speed. Dann, padam! Ist es Jabas Hütte? Ja, es ist Jodas Hütte. Jodas Hütte! Ich krieg 7. Ich krieg erst mal mein Los. Nein, ich krieg 80. Erst mal ein Los. Das war das Quellezeichen. Aber ich geh durch Siebers Mitte. 20 zurück. Vielen Dank. Ich danke. Geh noch mal eins zurück. Nein. Nein. Aber den kann ich nur noch kaufen. Hahaha. Das... Ach du lieber Jesus. Mit anderen Worten erkauft. Ja. Den Jesus. Genau. Ich kauf den Jesus. Das war's. Komm mal gut zentral. Ach, ich darf schon mal. Und das ist meine. Von dem her. Es ist mir egal. Jetzt komm ich. Oder auch nicht. Es gibt Gelb noch. Gelb gibt es auch. Gelb gibt es noch komplett. Oh. Dann geh ich irgendwo nach dahinten. Du stehst direkt vor dir. Du kannst selber auch. Dann müsste ich doch theoretisch hier. Ja. Und es gehört dir. Ja. Ja. Ich will ja nicht lang. 160. Du hast keine Wahl. Du bist nicht gefreiwillig ins Gefängnis? Nein. Nein, nein. 5. Meine ganzen 20er kriege ich jetzt wieder. Der hat zugeschlagen. Vorhin war das wenig. Da war ich irgendwo da vorne, irgendwo drauf. 390. Herbert ist dran. Lobby Herbert. Lobby Herbert. Lobby Herbert. Was lernen wir daraus? Man sollte in unserer Runde keine Buttons mit Herzchen drauf anziehen. Selber schuld. Du darfst aber nochmal, Lobby Herbert. Du darfst aber nochmal, Lobby Herbert. Das gehört dir. Der Tent Petronsalding gibt es noch. Für 4000 Credits. Hast du nicht gerade 4000 gesagt? Ja. Hab ich gesagt. Warum nicht? Er hat's ja. Ich wollte euch nur testen. Ob ihr aufpasst. JAHU. Das heißt, er gibt keine Einnahmen. Mit dem Pasch kommt er raus. Ja. Nur mit dem Pasch. Oder 3 Runden. Nur mit dem Pasch. Nein, nein, nein. 2 zu 1. Ihr seid ruhig. 5. Das reicht. 8000. Ach komm. Bei dem Imperialen Palast. Oh. Sieht mau aus bei dir. Jetzt wird er gleich wieder ein Dreier. Weißt du? Ja, ja. Nein. Und dann kommt er auf meinen Bahnhof. Dann zahlt er gleich mal 1000. Eine Imperiumskarte. Du fliegst einen TIE Fighter. Begib dich direkt dorthin. Wenn du loskommst, zieh 4000 Credits rein. Das ist aber toll. Weil der gehört mir. Und sieht zu ihm 4000 Credits ein. Unglaublich. Gibt Geld. Gibt Geld. Habt ihr gesehen wie das geht? So übergeht man es ums Hänger. Kann ich jetzt einmal Würfel oder noch einmal? Einmal. Einmal Würfel. Oh, schade. Wenn du meckerst, kriegst du nur noch einen Würfel. Ja, dann wird das Pasch-Würfel im Sänger. Dämlich. Die war aus dem Spiel fertig. Nix. Dann setz mich mal bitte da. Ja, ich bin es. 1000. Hast du schon zwei von deinen Dingern? Ja. Na, du kannst dich ja rausgeben. Reicher Mann. Ja, Logo. Dankeschön. Ach, ich bin ja gar nicht dran. Noch nicht. Mein Geld. Da geht's dahin. Ich will ja mal was Eisley. Ja, ich lande entweder auf Sachen, die mir gehören oder die ich noch kaufen kann. Dann solltest du mal auf Jabba's Palace kommen. Bitteschön, Sieben. Wie war das bei den Kernreaktoren so? Wenn ich dies vor? Wenn mein Besitzer des Kernreaktors ist, so ist die Miete 80 mal so hoch, wie die Augen auf den zwei Würfeln sind. Muss ich nur mal würfeln? Wenn mein Besitzer, wenn mein Besitzer beide Versorgungswerk ist, Wasserfarbe und Kernreaktor, so ist die Miete 200 mal so hoch. Scheiße, die Sieben waren an, ich kann nicht so schlecht. Ja, jetzt bist du selber schuld. Jetzt kommt ein Dach. Weil ich das mal eben würfeln muss. Jetzt kommt ein 12er. 3er! 240. Das war gut, aber ich hab nicht mehr so viel. Vielen Dank. Geh auf mal weiter. Reise sofort nach. Mos Eisley auf Tatooine. Wenn du über loskommst, ziehe 4000 Credits ein. Here we go again. Darf ich jetzt eigentlich wieder raus? Ja. Jetzt darfst du wieder raus. Jippie. Mende. Das ist meins. Willkommen wieder im Spiel. Ja, ich darf wieder mit spielen. Ich weiß, warum ich monopoliere eigentlich so. Du hast deine Seife da. Nicht. Du kannst ja hingehen und dich danach buchen, wenn es dir Spaß macht. Ist ja keine Mende. Ja, mit 4 Kommandozentrale. Halt die Klappe. Gib mir 280. Läuft auf den 1000 raus. Ich wechsle den mal. Einfach mal, wie es kann ich. Ja. Ja. Drei, vier, sechs, acht. Du könntest dir bald so eine Münze da hinlegen lassen, ne? Ne, noch nicht. Ja, aber bei 10er sind es schon. So einer mindestens. Wenn nicht sogar zwei. Zwei und. Dankeschön. Muss ich nachziehen oder? Oh nein. Zeig, dass ich mal wieder auf Floß draufkomme. Oder Freipart mir auch gut. Hm. Oh, warte, 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 warte. Ja, aber dann müssen wir noch ein bisschen. Also, hau rein. Ja, du darfst ja das in Pasch. Hab ich. Ist ja geil. Oder auch nicht. Nach einmal Pasch gibt es 80.000 auf der Kasse. Backpfeifen, ja. Ne, ne, das machen wir nicht. Fünf, bitte. Könnte ich jetzt ausser. Andockbuch. 360. Soll ich einfach mein Geld da lassen und nimm es pro Runde einfach raus? Könnt man natürlich auch machen. 360. Soll ich so, ich hau dich auch nicht. Ach, weiß man es. Sieben. Nein. Oh, schon wieder das Imperium. Wo hast du es mit dem Imperium? Reise zum nächsten Raumschiff. Der Eigentümer erhält das Doppelte der normalen Miete. Hat man das Miet schon? Ja, natürlich. Das war wieder meins. Sondern es sind wieder 1.000. Kannst du mir mal wechseln? Was hättest du denn gern? Gib mir mal 6.000 doch. Sechstausender. Einfach nur zum Bossen. Weil ich es noch kann. Die erste Gelbe. Ich glaube es nicht. Dann kaufen wir doch gleich mal das Todesstern-Lande-Deck für 5.200. Sorry. Warum? 9, 3, 4, 5, 5, 6! Ich mag sie. Und 8. Du machst'n 7 oder ne 9? 6 und 8 7 Und das jetzt noch mal nach 80 5 400 Nimm's! Danke! Danke, kommen Sie wieder! Danke, kommen Sie wieder! Dam dam dam! Schildgenerator 520 Das ist ein Schwein gehabt, bei mir hätt's nichts haben müssen Gib mal raus Das wär so schön gewesen Dankeschön Ah, das bin ja gar nicht ich Das bin ich Also mal... Ja Ich könnte nichts dagegen haben zum... Huch Ich darf hier auf nichts mehr... Doch, auf deine fände ich ja kommen Das ist ja... Also grün ist freie Zone Unter Bahnhof Unter Bahnhof Blüft... 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 Das ging das letzte Mal besser... Ja, da waren wir nicht so viele... 11... 11... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 8... 9... 10... 700 bitte! 1... 1... 2... 1... 2... 2... 1... 1... 1... 1... 2... 1... Haa... Na der ist noch frei... Das Ding vom großen Wurm... Ich hab Basis, das ist meins... Das kommt auch noch los. Ja, warum hat den Lohn? 120. Du kriegst 20. Ich hab's dir angeboten, aber nee. Kannst ja auch sagen, du hast nichts Trinkgeld. Ja, stimmt. 120, hätte ich gern. Dann hättest du ja nehmen können. Hätte ich machen können, aber wenn ich's von dir krieg, ist's viel schöner. Bitteschön. Wie du sagst, wenn du's nicht in der Hand hattest, tut's nicht so weh. Lässt dran, ach du es mal. Pasch, pasch, pasch. Nix, nix, nix. Nutz es aus. Das tue ich, das tue ich. Die teuren Sachen. Oh, Rebellen Allianz. Hohohoho. Fredo. Für den Verkauf deiner Carbon-Fracht erhältst du 900 Credit. Der dann gleich bei mir wieder zahlen kann. Ich komm jetzt nämlich wieder raus. Das ist meine dritte Runde. Ja, die musst du nur würfeln. Wenn du's dann nicht schaffst, kriegst du dann nix. 900 Credits. Dankeschön. Ich schaffe jetzt ein paar, sag ich's doch. Immer aber nur ein Unterschied. Zwei und eins. Und drei und vier. Ohhhh. Komm, lass mich auch mal. Ich muss mal auf die... Oder auf der Läuse kauft, das gelbe. Das hab ich nicht zu sein. Oder auch so'n rotes. Oder hier mit der grün. Welches ist das rotes? Ist es Anderbuch? Nein, das ist meins. 360. Was? 360. Nein. Mein schönes Geld. Guck mal, das ist soviel jetzt warm. Du riechst auf die Druckerfräsche. Dann ist es weg. Du darfst. Jetzt darf ich aber wieder. Jaaa. Finde ich super. 280. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hat man glaube ich beim... Mensch ärgere dich nicht auch schon mit den Einsam. Jaaa. Sag mal, so viel Pasch wie du, das gibt's doch gar nicht. Oh oh. Oh oh. Du entkommst aus dem Gefängnis. Ho ho ho. Schön so was. Weißt du, gerade die größten Betrüger und Drücker und Geldwäscher. Kriegen auch noch nicht. Oh, oh ja. Kreditirrtum zu deinen Gunsten ziehe 4000 Credits ein. Es gibt eine... Hat der nicht gesagt, der mag dich spielen? Nein, nein, der verliert ständig. Und er hat nie Geld. Und Strahlen hat auch keine... Er kann dir das Spiel nicht. Jetzt warts doch erstmal ab. Das Spiel läuft erst seit, was weiß ich, 20 Minuten? 45 Minuten? Bald! 5 oder 20. Du hast es gepasst und ich seh's da. Bitteschön. Ergibt's mir wenigstens freundlich. Ergibt's dir freundlich, das ist schön. Ja. Lobi Herrertz. Lobi Herrertz kriegt's freundlich gemacht, das ist doch schön. Ich krieg 500. Und ich seh, dass du es passend hast. Noch, noch tut's nicht weh. Gell? Kommt noch. 3! Hör mal! Die Zinsen deiner Imperiumsanleihen werden fällig. Die Bank zahlt dir 3000 Credits! Das sieht ganz gut aus, wenn du nicht draufkommst, ob man zahlt. Oh man, wer ist das mal wieder? Ja. Ja. 700! Au! Utsch! 700er! Natürlich! Dankeschön! Natürlich! Das ist ein Pasch, du darfst nochmal. Ja. Ich brauch jetzt noch ein Pasch. Willst du nochmal? Nimm 4! Nimm 4! Nimm 3 wäre auch gut! Nimm 4, 5, 3, ja! Ranni! Das sind 4! Achso, scheiße, ich bin der will den Sumpf! Ne, er will nicht. Doch, er will den Sumpf! Na ja, gut! Swampgast! Okay, das macht so gar nichts! Wenigstens war's nicht das richtig teure! Eis Steppen! Das gehört mir, 120! Der lebt gerade nur vom Losgeld, oder? Ja, ich oder er! Ja, 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 ja! Aber dann muss man wieder was rein... Shit Generator! Oh, das gibt wieder Beat! 520 musst du ihm zahlen! Ja, genau! 520! Wenn du so eine Regel haben, dass er seinen Namen sagt, muss dann auch... Was reinlegen, ja! Und da muss reingelegt werden, wer seinen Namen sagt! Locky Herbert! Ach, Mist! Oder er legt für uns rein, gleich!